Wo ist der Nasser? Ich muss irgendwo da hinten durch. Oh, jetzt habe ich das mit einem schlechten Schwett gekauft. Gut und Schwett gekauft, scheiße. Oh Gott, haben wir da mega viel mehr. Hallo, hast du ein Kabel dabei gehabt? Ja. Was für eine Vormittag? Genug. Und Kandelina, da reden? Hm. Oh, da hinten. Was ist das? T-Shirt. Das machen wir gleich mal probieren. Was gemustert, das wäre natürlich geiler. Dann würden wir jetzt so die Schweißlegen sehen. Gar nicht gemustert. Was? 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 Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020